Musik Es gab die Idee, dass man wie viele Millionen eine Coverband macht und am besten eine AC-DC-Coverband. Und ich sagte, Kerstin, ich habe eine super Idee, die hat noch niemand gehabt. Wir machen eine AC-DC-Coverband, sagte Kerstin, super Idee, hat noch niemand gehabt. Dann haben wir angefangen, haben 200 AC-DC-Lieder eingeprobt und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen was anderes. Sing von den Wäldern und den Wanderwegen, nicht von Bombenanschlägen. Ja, ja, die Welt ist schlecht, das weiß ich auch, man sieht's an deinem Bauch. Bitte bitte, ich weiß, das klingt gemein. Doch lass es sein, pack deines Denkens wieder ein. Du brauch kein Schwein. Politik gehört nicht in die Wortmusik. Man singt von Liebe und nicht von Krieg. Politik gehört nicht in die Wortmusik. So ein kleines Tourboot, ja, da fahren wir über die Lahn, per Lahn, über die Lahn, ja. Im Tourboot auf der Lahn, das finde ich schön. Im Tourboot auf der Lahn, ja. Das möchte ich aber gerne mal machen. Machen wir. Ja, das könnte man mal machen. Über den Canal du Midi, zu unserer Frankreich. Wir sind gerade im Taunus, fängt an Idstein und geht dann weiter, Idstein-Süd, Idstein-Ost, Königstein. Kronenberg. Und Using. Using-Kronenberg. Using. Flashing lights against the sky Giving up, I close my eyes Sending cross-legged on the floor 25,062,4 Aber das Allerwichtigste, weswegen ich mit denen nur Musik mache, sind die Spaghetti. Ja, Käserad-Spaghetti. Das ist überhaupt unser Lieblings-Hit, Käserad, Käserad. Wir haben das so gemacht, wir waren früher eigentlich zu dritt immer nur Spaghetti essen, kann man ja sagen, oder? Ja, ja. Käserad-Spaghetti. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht nur uns treffen zum Essen, wir müssen davor Musik machen, damit es eine Berechtigung hat. Ja, genau. Und so läuft es, so kam die Band zustande eigentlich. Jetzt haben wir es, eben fällt mir es gerade ein. Ja, natürlich. Hättest du gleich drauf kommen können, dass das gelogen war, was wir vorhin erzählt haben. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020